So, jetzt stehen wir nebeneinander. Hallo und herzlich willkommen Leute auf dem YouTube-Channel der Spiele-Bruder. Herzlich willkommen zu einem neuen Battle Report. Wir machen heute ganz großes auf die Fresse geben, 3.500 Punkte pro Seite. Und wir spielen Tau vs. Skitari. Cool. Danke. Jetzt haben wir jeder die Armee vom Anderen genannt. Also ich bin heute mit Erdmecher am Start und mein Gegenspieler ist mit dem Tau am Start. Wird für mich eine schöne Nummer. Es hat erstmal in meinem Leben, dass ich gegen Tau spiele. Wobei ich jetzt glaube, da nicht so die Riesenprobleme zu haben, weil ich kenne den Index ja. Wir spielen aus den Nominier Imperatoris Kill Confirmed. Das heißt, Missionen, die besagen Töte XYZ, dürfen nicht abgeworfen werden, außer die können nicht erfüllt werden. Außerdem gibt jeder Kill, also jede vernichtete Einheit, einen zusätzlichen Punkt im Endeffekt. Das zählt auch für First Blood und Slay the Warlord. Da gibt es jeweils einen Bonuspunkt zu dem zusätzlich ursprünglichen Punkt. Ich glaube, das war es im Grunde genommen schon. Aufstellungstechnisch war ich leider mal wieder nicht zuerst fertig. Wir werden da gleich mal gucken, was die Würfel sagen, aber zuerst zeigen wir euch mal, wie wir aufgestellt haben. Gut, dann einmal zur Armee Präsentation. Tau, 3.500 Punkte. Dann haben wir den Tigershark AX-10 einmal. Dann einen Ghost Kill mit Fusionsblastern und seinen Drohnen, Visivik. Dann haben wir den XV-109 Yunwara Battlesuit. Dann haben wir 5 Schwer. Dann haben wir den XV-107 Rihuana Battlesuit. Dann haben wir einen Storm Surge Battlesuit, Visivik. Dann haben wir 6 Geister mit 2 Fusionsblastern und 4 Bündelkanonen. Dann haben wir Schattensonder mit seinen 3 Drohnen, 2 Schild und... Iren, Schattensonder mit seiner Frau. Bei dem sind übrigens die Streugarnadwerfahnd nicht ganz Visivik, aber ansonsten ist er Visivik. Dann nochmal 5 Speer. Dann haben wir die... 2 Scout Tetras. Und in der Reserve haben wir 6 Kampfanzüge mit jeweils 3 Bündelkanonen bis auf einer. Der hat einen Drohnen-Kontrollmodul. Dazu haben sie 12 Marker-Light Drohnen. Und dann noch einen Commander mit 4 Fusionsblastern. Und leider müssen wir hier heute anstatt der normalen Missionsdekanten die Tyrannien benutzen, weil die normalen immer noch nicht wieder aufgetaucht sind. So, das sind einmal 3.500 Punkte Tau. Kurzer Nachtrag, ich habe den einen Ghost Kili vergessen. Also das sind einmal 3.500 Punkte Tau. Das ist eine ganze Menge, viele Fertual-Modelle. Ich hoffe, es wird interessant. Dann einmal zu 3.500 Punkten Atmech. Wir haben hier zuallererst mal 5 Sikarian Infiltrators. Ich glaube, es heißt Sikarian. Auf jeden Fall sind die in Reserve, deswegen stehen die da so ein bisschen seitlich. Dann haben wir hier einen Sidonian Dragoon. Genau, hier 3 Cataphron Destroyer. Die sind mit einem grünen Würfel markiert, weil die mit den Plasmakulverinen ausgestattet sind. Ich habe weiter hinten noch einen, hier sogar direkt, noch einen Dreiersatz. Die haben Grafkanonen. Um die unterschiedlich ein bisschen zu kennzeichnen, ist der mittlere hier mit Würfel ausgestattet. Wenn da Wounds draufkommt, kommt dann ein Runterwürfel drauf. Dann haben wir hier einen Knight. Da muss ich allerdings mal... Der ist ein bisschen Proxy. Und zwar ist der in der Ausstattung ein Knight Crusader. Und der hat oben die Icarus Kanone drauf. Dann haben wir hier eine Sidonian Balistari. 3 Doomcrawler mit dem dicken Laser. Hier vorne ist ein Techpriest Enginzieher. Und da haben wir hier einen Kibernetic Datasmith. Hier ein Techpriest Dominos. Dann haben wir hier einen normalen Ranger-Trupp mit zwei Akebusen. Dann Call wie immer dabei. Natürlich für Mars sehr wichtig. Dann haben wir hier noch einmal 5 Rust Stalker. Hier ist der zweite Knight. Auch der ist ein bisschen Proxy. Und zwar ist der auch als Crusader unterwegs. Mit Icarus Waffenplattform. Hier ein Vanguard Squad. Die haben auch Visivik. Das heißt auch, dass die den Omnispecs jeweils haben, um Deckung ignorieren zu können. Und auch da wieder die Akebusen mit am Start. Hier ein zweiter Sidonian Dragoon. Dann haben wir hier einmal einen Knight Errand. Der ist abgesehen von der Icarus Visivik. So, da gehe ich einmal rum, damit man den auch mal von vorne sieht. Und dann haben wir hier noch einen Trupp Skitari Ranger und einen Trupp Skitari Vengards. Die sind auch Visivik. Das heißt, die haben jeweils die beiden Plasma-Optionen. Also das Arc Rifle und das Plasma-Gewehr drin. Das sind einmal 3.500 Punkte. Admech. Dann noch ganz kurz zur Karte. Hier oben ist ein Missionsziel. Das ist Missionsziel 1. Hier ist Missionsziel 3. Da vorne bei dem Pathfinder ist Missionsziel 4 drin. Hier vorne bei meinen Charaktermodellen haben wir Missionsziel 6. Und hier haben wir Missionsziel 2 bei dem Ghostkill Battlesuit. Und hier unten drin haben wir Missionsziel 5. Genau. Das sind alle Missionsziele. Wir machen jetzt unseren Roll-Off. Wer das Spiel anfangen darf, der Benni hat Plus 1. Unglaublich. Ich habe den ersten Spielzug. Der Benni möchte noch versuchen, mir die Initiative zu stehlen. Mal gucken, ob das was wird. Ich hoffe nicht. Nein, das ist nichts. Das heißt, wir sehen gleich Admech Spielzug Nummer 1. So Leute, Admech Spielzug 1. Wir fangen an mit der Bewegung. Ich habe vorher ein bisschen rumgemessen. Daher geht das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Einmal alles abgeräumt. Gewinne, gewinne, gewinne. Was ich vielleicht noch kurz erwähnen sollte. Und zwar habe ich mit dem Admech 15 Kommandopunkte, in dem ich eine Brigade habe und ein Knight Detachment. Und der Benni hat 5 leider nur. 5 nur? Ja. Schauen wir mal. So, die Skitari wollen hier so ein bisschen um die Ecke schleichen. Damit die Sicht auf den Ghost Kill beziehen können, der da oben drin steht. So. War das schon der ganze Trupp? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich einmal hier durchzählen. Nein, einer fehlt. Du hast einen mehr reingepackt, glaube ich. Ach, war das. Warte, nee. Hier, nee, das sind alle. Tatsächlich. Weil ich habe hier, der Berufte, der hier steht, ist nämlich der Sergeant aus dem Trupp, weil ich keinen Sergeant mehr zu markieren hatte. Dann gehen wir einmal hier rüber. Die bewegen sich hier hin. Wie gesagt, die grünen markierten sind die mit den Plasma-Bewerfenungen. Und da hinten mit Graf. Und die dürfen sich quasi dahin bewegen, wo die anderen vorher standen. Toll. Ja, ich hebe den mal eben wieder auf. Der hat hier einmal sein Backpack verloren, weil ich da so furchtbar talentiert drin bin, die Figuren runterzuschmeißen. So, der geht einmal so. Und damit sind wir schon im Grunde am Ende der Bewegungsphase. Obwohl, der Knight hier vorne, der will auch nochmal ein bisschen losmarschieren. Tschüt, 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 tschüt. Der Würfel kann auch weg. Und damit sind wir am Ende der Bewegungsphase angekommen. Ich lasse mir mal kurz durch den Kopf gehen, womit ich wo drauf schieße. Und bin da mal gespannt, was die Schussphase mir so bringt. Weil ich so super darin bin, Sachen zu verpennen, kommen jetzt nochmal eben die Lobgesänge. Eine 2 und eine 4. Ich habe mir mal kurz durch den Kopf gehen lassen, was ich da jetzt mache. Die 4 bleibt auf jeden Fall und die 2 modifiziere ich zu einer 1. Das heißt, alle meine Einheiten zählen als Entdeckung befindlich, die von den Lobgesängen profitieren. Und ich kann verpatzte Moralwertchecks wiederholen. Wir fangen jetzt allerdings mal eine Runde an mit dem Schießen. Und zwar zuerst mit diesem Knight hier. Der schießt mit der Thermalkanone und mit allen anderen Bewaffnungen in den Ghostkill rein. Trifft um 1 schlechter dann. Trifft um 1 schlechter, wir haben gerade schon abgemessen, der ist keine 12 Zoll mehr vom Ghostkill entfernt. Deswegen leider nur um 1. Einmal die Schussanzahl für die Thermalkanone. Den möchte ich natürlich rerollen. Oh Wunder, oh Wunder. Das ist eine 5. Jo, dann würde ich auf den reroll versuchen mit meiner Fähigkeit auf die 6 einen Commandpoint zu kriegen. Ja. Genau, mit dem Cure-Tide-Chip. Ja. Das ist ein Commandpoint für den Benny. Dann habe ich 6. Ich mache jetzt 5 Schusswürfe auf die 4. Das sind 3 Stück und die schreien da hinten schon wieder rum. Und mit Stärke 9 verbunde ich auch die 3. Das sind 2 Stück mit DS-4. 4 und Schaden D6. Die S-4, dann habe ich meinen 4er Retter vor meinem Schild. Ja. Ja. Da stehen beide. Na super toll. Die Icarus kommt aus Nessus. Da der Ghostkill das Keyword Fly hat, trifft die um 1 erleichtert. Dadurch, dass er ein Ghostkill ist, trifft die allerdings wieder um 1 erschlechtert. Das heißt, ich treffe ganz normal auf die 3. Das sind alle mit Stärke 7 dürfte ich gegen den Ghostkill auf die 3 verbunden. Das sind 3 Verwundungen, diesmal nur DS-1, wobei das auch irrelevant ist. Schaden 2 each. Und auf die 4en Retter. Eine nicht. 2 Schadenspunkte für den Ghostkill. Stimulanzinjektor. Auch die 6. Nein, dann 2 Schaden. 2 Schaden. Dann hat er noch 8. Und dann kommt noch der Heavy Stubber, der trifft jetzt wieder nur auf die 4. Ein Treffer, Stärke 4, das heißt, er verwundet auf die 5. Keine Verwundung. Damit ist der erste Knight fertig. Die Skitarii hier schießen als nächstes, die wollen auch auf den Ghostkill halten. Sind mehr als 12 Zoll weg, treffen um 2 schlechter. Genau. So, als erstes die normalen Gewehre mit 8 Schuss auf die 5. Das sieht gar nicht mal so doll aus. Und mit Stärke 4 verbunden jetzt auch auf die 5. Allerdings ist jede Verwundung von 6 mit einem DS von minus 1 abgehandelt. Das sind 2 Stück und eine normale, das heißt, ein 3er Save und 2 4er Saves. Der 3er Save. 2 4er Saves. Steht natürlich alles. Dann haben wir als nächstes das Lichtbogengewehr. Ne, das ist der Plasma-Ding. Den überlade ich. Das heißt, der hat jetzt Stärke 8 und macht 2 Schaden. Aber wenn ich eine 1 beim Trefferwurf habe, die ich nicht habe, wäre der Tod. Das ist allerdings auch kein Treffer. Und zu guter Letzt kommt noch das Lichtbogengewehr mit einem Schuss. Das trifft auch nicht. Ja, dann ist der Skitarii Squad hier auch schon durch. Die Doomcrawler schießen als nächstes. Der linke hier schießt zuerst. Der macht D3 Schuss. Das fängt schon mal gut an. Das sind D3 Schuss. Alle beliebige Trefferwürfe dürfen wiederholt werden. Der schießt auf den Storm Search. Das hatten wir vorhin schon oft geklärt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal gesagt habe. Der trifft auf die 3. Das sind alle. Mit Stärke 10 verwundet er auch auf die 3. Das sind 2 Stück mit DS-4. Aber der Storm Search hat auch wieder einen Schildgenerator. Das heißt, ein 4er Safe. Das ist keiner. Ein Commander würde ich benutzen. Okay, dann benutzt er einen Command Re-Roll. Einer steht. Also nochmal hier für die Kamera. Und dann mache ich D6 Schaden. 2 Schaden. Dann sind es einmal 2 Stimulanzwürfe. Leider keiner. Dann ist es keiner. Dann sind es 2 Schaden für den Ghost Kill. 18. Der Heavy Stubber. Auch das hatten wir vorhin schon auf Camp geklärt. Die ganzen Heavy Stubber hier, die ich hier habe, schießen in die Stealth Battlesuits rein. Der Erste. Den darf ich neu würfeln. 2 Treffer. Stärke 4. Das heißt, die verwunden auf die 4. Eine Verwundung haben wir dann einmal gegen die Stealth Battlesuits. Die geht nicht durch. Doch durch. Die geht durch, weil nicht alle in Deckung stehen. Genau. Es stehen nicht alle Stealth Battlesuits in Deckung. Das heißt, die bekommen keinen Deckungsschutz. Demzufolge erhalten jetzt einen Schadenspunkt. Dann hat der noch einen. Und ich mache noch auf die 6 Plus für den Re-Roll-Wolf mein auf die 6 Plus Command Point wiederkriegen. Okay, ja. Nein. Gut. Finde ich gut. Ich nicht. Der zweite Doomcrawler schießt genau wie der erste Doomcrawler hoffentlich. Macht wieder 3 Treffer auf die 3. Das sind alle. Also der war eine 6. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Und dann verwunden auf die 3. Das sind alle. Dann 4er Retter. 2 gehalten. Und dann gibt es einmal die 6 Schadenspunkte. Das sind 6. Schöne Nummer. Das ist saftig. 6 Kilo Fanwürfe. Jetzt möchte ich Dennis Glück bitte haben. 3 gehalten. 2. Ne, 2. 2 gehalten. Das heißt, der Stormsearch bekommt weitere 4 Schadenspunkte. Ist er runter auf 14. Dann geht der Heavy Stubber als nächstes wieder gegen die Staff Suits vor. 2 Treffer. Ich habe vorhin... Ach, den darf ich re-rollen. Ich weiß vorhin nicht, ob ich darauf geachtet habe, dass der Minus 1 hat. Weiß ich auch nicht. Und eine Verrundung. Und wieder auf die 3. Dann ist einer tot. Das ist schlecht. Dann kommt der letzte Doomcrawler. Auch der schießt 1 zu 1 wie die beiden vorherigen. Der macht 2 Schuss. Auf die 3. We roll. Stehen beide. Wieder auf die 3. Die stehen auch beide wieder. Dann den 4er Retter wieder. Läuft nicht schlecht bei mir weiter. Nicht eingesaved. 2 verpasst. Das sind 2 mal D6 Schaden. Das sind 6 Schaden. Auf die 6. Einer. Nochmal 5 Schadenspunkte für den Stormsearch. Hier unten liegt noch einer. Dann sind wir runter auf 9. Gut. Läuft bei mir. Kommen wir zum nächsten Night. Der mit der Thermalkanone und der Recher Gatling. Der schießt abgesehen von den Icarus. Auch geschlossen den Stormsearch. Die Icarus schießt in den Ghostkill rein. Ich fange an mit der Thermalkanone. 3 Schuss. Oh, geht echt stark bei mir. W6 Schuss war die Thermalkanone. Ah, W6 Schuss. 5 Schuss sogar. Oh Gott. Dankeschön. Das ist zu viel. Der trifft auf die 3 gegen den Stormsearch. Das ist eine ganze Stange. Der Dominos. Ist der in 12 Zoll? Das müsste ich mal kurz nachmessen. Das könnte jetzt wichtig sein. Weil ich tatsächlich eine 1 habe. Der darf nicht. Nur für Fabrikwelten. Ah, stimmt. Nur für die Fabrikwelten. Ja. Dann fällt die 1 raus. Mein Fehler. Und jetzt verwunde ich auf die 3 wieder. 4 Verwundungen mit DS-4. Das könnte brutal werden. 3 Schuss. 3 mal W6. Das könnte das Ende des Stormsearches sein. Das sind 8 Schadenspunkte. Kann ich noch rerollen? Ja. Ich möchte die 1 rerollen. Ich möchte versuchen, noch die 6 plus einen Command-Foling zu kriegen. Ja. Tatsächlich. Der war jetzt auch auf jeden Fall wert. Also wir sind bei 12 Schadenspunkte. 3 Stück müsstest du bestehen. 4 Stück müsstest du bestehen, damit der Stormsearch überlebt. Und da kommen die 12 Würfel. 1, 2, 1 gestandene. Hier unten ist auch noch einer. Dann ist der Stormsearch tot. Dann wird einmal gewürfelt, ob der explodiert, oder? Ja. Ja, einer der wenigen Modette. Nein. 1, 1. Der explodiert nicht. Aber ich bin zufrieden, weil der Stormsearch direkt vernichtet wurde. Tschüss. Seine Icarus kommt noch. Die schießt auf den Ghost-Kill. Minus 2 aufs Treffen, aber mit 3 Sechsen ist das relativ irrelevant. Dann bringt mir wieder mal nichts. So, und jetzt verwundet er auf die 3. Das sind 2 Verbundungen mit DS-1. Das heißt, der Ghost-Kill. Das ist ein Retter. Genau. Nein. Keiner steht. Also 4, 4 nur Pain-Würfe. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Einer steht. Das sind nochmal 3 Schadenspunkte für den Ghost-Kill. Ist er runter auf 5. Er geht damit runter auf 5. Da habe ich doch auch schon mal gute Arbeit geleistet. Wir machen weiter mit diesem Trupp hier. Da muss ich allerdings leider mal eben kurz Reichweiten ausmessen. Ich habe mal ein bisschen rumgemessen. 3 von denen können auf den Ghost-Kill schießen. Und einer von denen, und zwar die Arke-Buse, schießt auf Shadow Sun. So, erstmal der Beschuss auf den Ghost-Kill. 2 schlechter. Genau, um 2 schlechter. Das heißt, auf die 5 Treffen. Das ist schon mal gar nicht so gut. In 6 Zoll zu Call sind die auch nicht. Das heißt, wir haben hier in der Tat nur 2 Treffer-Würfe. Und eine Verwundung. Wow. Und auf die 4 den Retter. Auf die 3 sogar. Du hast da einen ganz normalen Safe. Den halte ich. Das ist eine 4. Das heißt, der ist eindeutig gehalten. Dann hauen wir einmal die Arke-Buse raus. Die trifft auch minus 1, also auf die 4. Das war auch nichts. Dann ist auch dieser Trupp leider schon wieder durch. Wir machen mit dem Trupp hier weiter. Aber auch da muss ich erst wieder reifen lassen. Wie gesagt, der Squad schießt jetzt auch. Die Arke-Buse schießen beide auf Shadow Sun. Die normalen schießen auf die Stealth-Battlesuits. Die Arke-Buse sind jetzt hier grün dargestellt. Ich treffe auf die 4. Da die innerhalb von 6 Zoll zu Call sind, darf ich allerdings alle Treffer-Würfe wiederholen. Ja, damit habe ich alle getroffen. Das ist Widerstand 4 bei 1. Die grünen auf die 3. Genau, die grünen auf die 3. Die roten auf die 4. Das heißt, da sind alle verwundet. So, dann Schattensonne minus 2. Genau, also Schattensonne hat jetzt einen besseren Rettungswurf als die normalen Schutzwurf hätte. Also auf die 4. Da ist es ein 2. Und? Möchtest du die umleiten jetzt? Auf die 2 plus, ja. Darf ich, jetzt kommt mir eine Frage gerade. Also bei Shadow Sun dürfen Verwundungen auf Stealth-Battlesuits umgeleitet werden. Die werden dann allerdings zu tödlichen. Die Frage, die sich jetzt mir allerdings stellt, ist, ich mache ja D3-Schaden. Musst du dann D3-mal würfeln, um umzuleiten? Oder? Also D3-Verwundungen mache ich ja. Das ist das. Und Schattensonne darf ja ihre Wunden umleiten. Ja, dann kommen erst die B3. Gut. Und dann haben wir einmal D3. Eine. Eine. Das heißt, Schattensonne müsste jetzt gleich eine Wunde umleiten. Auf die 2 plus geschieht das auch. Das heißt, ein Stealth-Battlesuit darf jetzt eine tödliche Wunde erhalten. Und dann haben wir jetzt für die Stealth-Battlesuits drei normale Schutzwürfe. Die stehen immer noch nicht komplett in Deckung. Also auf die 3. Das sind alle. Ja, schön. Gut. Ich gucke mal, wo ich weitermache jetzt erstmal. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.